Diana ist Reporterin und will mit einem Bauern ein Interview machen, um nach den Gründen für den Rinderwahnsinn zu suchen. Guten Tag, ich bin hier, um Gründe für diese Krankheit zu sammeln. Haben Sie eine Idee, woran es liegen könnte? Der Bauer starrt Diana an und sagt, wissen Sie, dass der Bulle die Kuh einmal im Jahr vögelt? Diana ist überrascht, nun gut, das ist schön, aber was hat das mit Rinderwahnsinn zu tun? Der Bauer, nun, schöne Frau, wissen Sie, dass wir die Kühe viermal am Tag melken? Mein Herr, das ist wirklich interessant, aber bitte kommen Sie jetzt doch mal zum Thema. Na, ich bitte Sie, stellen Sie sich vor, ich würde viermal am Tag an Ihren Titten spielen und Sie nur einmal im Jahr vögeln, würden Sie dann nicht auch ihr werden? Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wir sehen uns dann, wie Sie, wenn Sie sich verabschiedern haben, bitte Sie, wenn Sie einen구요en finden können, Ich bitte Sie, als Sie, als Sie, als Sie, als Sie, als Sie, als sie durchfühlen, oder Sie, als 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 Sie!